Ho, ho, ho und willkommen beim 13. Dezember, ja, beim super Adventskalender, das einzig! Ja, beim ehemaligen Adventskalender mit Barclay und Wars! Ja, heute hat uns der Weihnachtsmann wieder eine goldene Nachricht geschrieben, und zwar, wir sollen heute wieder mal ein Gedicht sauseln! Und, wie ihr alle Vox-Fans wisst, Vox kann das sehr gut. Ja, und heute gewinnt es dafür zwei Punkte, und wer das gewinnt, bekommt zwei Punkte. Und wir haben ein schönes Gedicht, Christbaum, herausgesucht, und wir gucken jetzt einfach mal, wer schneller das Gedicht aufsagt. Genau, ich würde sagen, Martin, du fängst an, weil ich letztes Mal angefangen habe. Genau, und ich werde die Stoppuhr jetzt einfach mal stoppen. Oder machst du das? Ich hab keine Stoppuhr. Okay, dann mach ich das. Drei, zwei, eins, warte mal, nee, warte mal, ich muss den Fenster-Mode mit und so machen. Drei, zwei, mi, 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 eins, und go. Warte mal. Alter, wie, warte mal, ich fang doch eh an. Hast du den Text vor dir? Nein, ich hab hier, ich hab doch ein iPhone, go. Okay, drei, zwei, eins, und go. Wie schön geschmückt der festliche Raum, die Lichter funken am Weihnachtsbaum. Oh, fröhliche Zeit, oh seliger Traum, die Mutter sitzt in der Kinderkreis und schweigt alles auf ihr Geheiß. Sie singet, das Christkinds Lob und Preis und rings vom Weihnachtsbaum erhellt, ist schön in Bilder aufgestellt. Des heiligen Buches Palmenwelt. Die Kinder schauen der Bilder erbracht und haben wohl des Singens acht. Das tönt so süß, die Weihnacht, oh glücklicher Kreis im festlicher Raum, oh goldene Lichter am Weihnachtsbaum, oh fröhliche Zeit, oh seliger Traum. Punkt. 38 Sekunden. Und drei Fehler. Das ist Dialekt, ich hab Dialekt eingebaut worden. Schnecken langsam und drei Fehler waren, sorry. Alter, ich hab mir direkt sich durchgelassen. Oh, Fehler gibt es zehn Sekunden, Traum. Du konntest sie denn jetzt zugeschließen? Okay, fang doch an. Drei, zwei, eins, go. Wie schön geschmückt, festliche Raum, die Lichter funkeln am Weihnachtsbaum, oh fröhliche Zeit, oh seliger Traum. Die Mutter sitzt in der Kinderkreis, nun schweigt alles auf ihr Geheiß. Sie singet, das Christkinds Lob und Preis und rings vom Weihnachtsbaum erhellt, ist schön in Bildern aufgestellt. Des heiligen Buches Palmenwelt. Die Kinder schauen der Bilder pracht und haben wohl des Singens acht. Das tönt so süß in der Weihnacht, oh glücklicher Kreis im festlichen Raum, oh goldene Lichter am Weihnachtsbaum, oh fröhliche Zeit, oh seliger Traum. Ja, ich hab die Zeit in sich gestoppt. Ja, das war schneller. Ich hab vergessen draufzudrücken. Das war schneller, ich hab zwei Fehler gemacht. Also, sorry, Mark, ich glaub, du musst dich geschlagen geben. Ja, aber es ist ja jetzt nicht bewiesen. Ja, dann machen wir es nochmal. Ja, Mark, du hast gewonnen, du kriegst zwei Punkte. Ja, ich will aber keine Albums. Morgen gewinne ich Ehe. Dann steht es 8 zu 6 am 13. Dezember. Ja, du hast es wirklich besser. Ich seh's ja, wenn ich das... Ja, wir können es, genau, wir können es ja nachher nochmal nachlesen. Also, gefühlt war es schneller. Gefühlt war es schneller, ja. Ich hatte zwei Fehler, du hattest drei. Ja, aber meins war Dialekt beglebt. Das ist egal. Kannst du mal zu dich kommen, Borgs? Nein, ich will nicht zu dich kommen. Ja, Leute, ich hoffe morgen wieder rein am 14. Dezember, wenn es heißt. Äh, der Borgs schlägt in Barclay. Nein, 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 nein. Deshalb hab ich gewonnen. Jetzt wird's aber richtig spannend, denn es gibt immer mehr Punkte. Wir gucken dann von Schlag den Rab. So, tschüss und bis morgen. Bye, bye. Bye, bye.